Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab mich nicht mehr! Ich sehe eine Falle. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Ich sehe einen Stuhl holen. 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 Aber selbstverständlich. Verständlich 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 Stuhl holen? Ich kümmer mich darum. Ich kümmer mich darum. Tag zu Tag jünger aus, wenn ich das sagen darf. Seid vorsichtig, mit wem ihr kokettiert, junger Mann. Wenn ihr morgen früh neben mir aufwacht, werdet ihr euch vermutlich an eure Großmutter erinnert fühlen. Neben euch? Ihr habt mich schon verstanden. Es wäre nicht das erste Mal, dass ich neben einem jüngeren Mann in meinem Bett aufwache. Werden alle Frauen so böse und gehässig, wenn sie alt werden? Nein. Nur ich, mein Lieber. Nur ich. Nur ich, mein Lieber. 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 Alistair, ist alles in Ordnung? Sie wollten ihn hier einfach so verrotten lassen. Wir müssen etwas unternehmen. Er war ein guter Mann, der sich zu viel erhofft hat und zu jung gestorben ist. Er verdient jedes bisschen Respekt, das wir ihm bezeugen können.